Mein Name ist Judith Schmed, ich bin Access Consciousness Bars Facilitator. Access Consciousness bedeutet Zugang zu Bewusstsein. Und Bars ist ein wichtiges Grundelement dazu. Bars hat 32 Punkte im Kopf, die alle Gedanken und Glaubenssätze beinhaltet, die wir in unserem Leben je gehabt haben. Durch sanfte Berührungen werden sie aktiviert. Und der Körper kann entspannen, Gedanken können zur Ruhe und Blockaden können sich lösen. Eine Barsbehandlung ist das Richtige für jeden, der etwas ändern möchte, an seinem Leben. Gary Bagless, der Gründer von Access Consciousness, hat mal gesagt, im schlimmsten Fall ist eine Barsbehandlung wie eine gute Massage. Und im besten Fall kann sich das ganze Leben verändern. Und zu dieser Veränderung möchte ich Sie gerne einladen.